Jetzt will ich euch natürlich noch zeigen, wie man so ein cooles Lederholz machen kann für die Waffe, damit ihr die dann so am Bein tragen könnt. Dafür braucht ihr unterschiedlich große Lederstücke und eins natürlich so, dass man das dann so halb runter dran nehmt, natürlich auch mit einem Boden, damit man die Waffe da reinstecken kann. Und dann natürlich noch zwei Bänder, damit man die Waffe dann auch am Bein befestigen kann. Das müsst ihr natürlich am besten an der Waffe abmessen, damit ihr die natürlich auch genau da rein tun könnt. Und um die dann da rein zu stecken, müssen wir das jetzt natürlich noch zusammen nähen. Dafür nehmen wir uns jetzt einfach ein paar Stecknadeln und stecken uns das schon mal so zusammen, dass wir das dann hinterher zusammen nähen können. Wenn ihr euch das dann festgesteckt habt, dann sieht das in etwa so aus. Und wenn ihr das dann festgenäht habt und dann umdreht, dann habt ihr hier auch immer so eine schönere Kante. Und dann wollen wir das natürlich noch auf dem größeren Stück natürlich befestigen. Und bevor wir das festnähen, müssen wir natürlich auch noch die Lederbänder natürlich an dem größeren Stoff befestigen, damit die dann unter dieser Tasche sind, damit man da natürlich die Nähte dann nicht so sieht. Dann nähen wir natürlich die Tasche dann hinterher auf diesem großen Lederstück fest. Und um die Bänder dann hinterher am Bein zu befestigen, nähen wir dann auch noch ein bisschen Klettverschluss an die Enden dran. Wenn ihr das jetzt so weit festgenäht habt, also auch mit euren Klettverschlüssen, die könnt ihr ja dann gut an eurem Bein verschließen, dann wollen wir jetzt natürlich noch die Tasche da drauf befestigen und das natürlich dann so, dass auch die Waffe auf jeden Fall hinterher in den Beutel reinpasst. Wenn ihr das jetzt so alles zusammengenäht habt, dann ist eure Tasche auch soweit fertig. Jetzt könnt ihr eure Waffe dann immer rausnehmen und dann natürlich auch wieder in den Beutel reinstecken. Und mit dem Klettverschluss, was ihr dann da dran genäht habt, könnt ihr das einfach an eurem Bein befestigen und dann habt ihr auch ein fertiges Holster. Die Schuhe für das Steampunkkostüm habe ich mir einfach in so einem günstigen kleinen Schuhladen gekauft, der bei mir so um die Ecke ist. Und die haben echt zum Teil echt coole Schuhe und die haben, glaube ich, nur einen Zehner gekostet. Da kann man also echt nichts zu sagen. Die sind auch nicht so hoch. Ich wollte auch nicht so hohe Schuhe haben. Ihr könnt euch natürlich auch höhere kaufen, aber ich wollte halt gerne so braune Kunstlederstiefel haben, die dann auch so ein bisschen zur Corsage passen und auch mit so einem Riemchen dran. Und ich habe mir die dann sozusagen noch ein bisschen modifiziert, indem ich hier noch solche kleinen Teile mit dran geklebt habe. Dafür habe ich mir ja bei Ebay dann so kleine Mixtüten gekauft, wo dann so verschiedene Steampunkteile sozusagen drin waren. So viele Federn, eventuell auch zum Teil so Totenköpfe, Scheren und sowas. Aber das war eigentlich ganz cool und da hatte ich dann auch zum Teil manche Teile doppelt drin. Und dann hat das natürlich ganz gut gepasst, wie jetzt zum Beispiel hier oben das Teil. Das habe ich dann natürlich auch an beiden Schuhen dann natürlich befestigt. Oder auch hier diese Räder. Die Flügel hatte ich mir, glaube ich, mal in einem Kreativmarkt gekauft. Also in solchen Bastelläden haben die auch öfter mal solche Schmuckteile. Und da habe ich dann gedacht, dann mache ich doch so ein bisschen so Hermess Schuhe draus. Und dann habe ich dann so kleine Flügelchen da dran geklebt. Oder halt auch noch so ein paar Zahnräder. Und so kann man dann ganz einfach auch noch die Schuhe so ein bisschen modifizieren und noch ein bisschen umändern. Damit es dann auch so ein bisschen individueller noch aussieht. Und die habe ich mir einfach mit so einem Alleskleber festgeklebt. Und das hat dann auch relativ schnell funktioniert. Und es hält auch wirklich super gut an diesem Kunstleder dran. Ja und damit hätten wir dann auf jeden Fall alle Teile fürs Damenkostüm zusammen. Ja und so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Das habt ihr ja am Anfang auch schon gesehen. Und natürlich auch noch das passende Make-up und die Frisur dazu. Bei mir sieht das natürlich nicht ganz so toll aus. Da mein Modell Haare hat ja so bis hier. Und wenn man den Topf gemacht hat, war der so groß. Also die hat so heftig viele Haare gehabt. Da hatte ich auch wirklich einiges mit zu tun bei der Prüfung. Ich habe das jetzt versucht mit meiner Haarlänge so ein bisschen nachzumachen. Und das Video werde ich euch natürlich auch noch verlinken, wie ich das Make-up und die Haare gemacht habe. Und natürlich auch nochmal ein Video, wie ich das Haarteil hier erstellt habe. Und so könnt ihr euch dann euer Steampunkkostüm dann selber zusammenstellen. Ich hoffe euch gefällt das Kostüm. Wenn ihr jetzt Männer seid und sagt, ein Frauenkostüm passt natürlich nicht, habe ich nächste Woche natürlich auch nochmal ein Kostüm Tutorial für ein Männerhemd. Da könnt ihr euch ja dann vielleicht auch einige Inspirationen holen, wie ihr vielleicht sowas machen könnt. Es gibt ja nicht nur Frauen, die hier meinen Channel gucken. Dementsprechend habe ich dann natürlich auch mal was für die Männer. Und für meine Prüfung musste ich ja für einen Herrn und eine Dame Kostüme herstellen, beziehungsweise natürlich auch Styling und sonstiges dazu machen. Und darum wird das nächste Woche natürlich auch noch kommen. Wenn ihr gerne noch mehr Kostüm Tutorials oder auch Make-ups und sowas sehen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann sage ich einfach bis nächste Woche und bis dann. Bye, bye.